richtig das nächste mal einladen wenn es knödel gibt oder anders gefragt soll ich die die dann geschah durch die dann bescheid geben du kannst mir gerne bescheid geben ja so wie wir haben wir uns jetzt letztes mal so bin im checkpoint gar nicht weiter gemacht ja aber der erste versuch ging schon in die hose aber auch so ich weiß dass der das nicht schafft ja 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 das ist der kampf ansage ich wollte gerade sagen was zappelst du denn da so rum vergessen dass du mich stehen bleiben darfst ja ja du glaubst ich das nicht schaffe jetzt erst recht mein freund stets ruhe bitte will sich fettchen joa ja GUSTOFF! Danke! GUSTOFF! INCOMING! Ah, kannst du filmen? First try. Ah, okay. Das ist nervig. You don't say. Nein! Das ist nicht so einfach, aber das ist auch ein blödes Level für diese Challenge, muss ich nicht sagen, mit diesen kleinen Plattformen und diesen ganzen Feuerviechern, die da ankommen. Ja, aber ich kann jeder. Das ist richtig. Gut. Das ist ja kein Kaiser hier, ne? Ja, richtig. Bei uns wird richtig gespielt. Nein! 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 Habe ich schon fünf Leben verballert? Jetzt mittlerweile war das das 5 der. Was dessa Faust dich nicht? Ach, ich bin so schlecht alter, dass irgendwas bei der Sahne gesehen haben. ein bisschen schneller gewesen und hitze oder beziehungsweise nicht das eine entwickler sogar im spiel passiert jetzt ist dann cool down was denn wo war cool noch banane jetzt das war doch gerade ja aber ich meine jetzt jetzt kann das ja nicht mehr so auch immer das gleiche warum machst du das das weiß ich nicht denn das ist wahnsinn waren wenn es wenn man das gleiche tut aber ein anderes ergebnis erwartet ich brauche keine mittel keine sorge gustav macht mir das einfach diese genug tun will ich ihm nicht geben doch ich mach den wachs meide doch wie habt ihr denn den heutigen tag gefeiert stehen geburtstag von rossi marty habt ihr schön gefeiert das schöne ist er hat jetzt die finner weiter gemacht hat irgendwie war dies außen geben als er durch die challenge kobe sie mir glaube ich egal richtig aber wie also mit sehr vielen mittel mit er aber fair bei dem und versteckt das wort werden ist das in ordnung doch ich freue mich mega das ja alles super ich freue mich ganz ehrlich ich freue mich jetzt hier ist alles super hier ist immer alles super ihr seid super wir sind super aber es ist super und für die dich verpasst haben heute ist ein toller tag denn heute ist der geburtstag ich wollte jetzt nicht unterbrechen die challenge war mit so einfach deswegen habe ich mit absicht versagt okay das heißt jetzt die nächste schalte ich habe bitte um